Die STB in Stuttgart war auch in diesem Jahr wieder ein runder Erfolg. Nicht nur für den Veranstalter verbuchte die Messe zahlreiche Kontakte und Fachbesucher, sondern auch am Stand der GSA konnten zahlreiche Kunden gewonnen werden. Warum die STB auch für den Speaker-Bereich so wichtig ist, erklärt Claudia Haider, Geschäftsführerin der GSA. Die German Speakers Association ist seit eineinhalb Jahren Kooperationspartner der STB. Wir haben immer einmal einen GSA-Mitglied hier als Referent auf der STB-Akademie und dürfen hier als Aussteller mit dabei sein, machen damit einfach auch Werbung für unsere Mitglieder als Plattform. Wir sind jetzt seit achtmal, glaube ich, bei der STB mit dabei. Es ist immer wieder sensationelle Reaktionen. Es sind sehr viele Referenten, sehr viele Agenturen dabei, die sich für die Referenten interessieren. Also es ist für uns einfach eine sehr schöne Plattform, die sich auch immer toll entwickelt hat. Monika Heilmann konnte als Gastspeakerin der GSA auf der STB ihre Kompetenz an über 150 interessierte Zuschauer weitergeben. Wenn Sie ein Gespräch führen, reichen Sie Getränke, Kaffee, Sprudeln, ein paar Kekse. Auch das lockert das Gesprächsklima auf. Auch da machen Sie eine gute Basis für einen Gesprächserfolg. Auch auf der kommenden STB-Messe in Essen, im September diesen Jahres, wird die GSA mit einem Stand vertreten sein.